Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Faultyland Video. Leider geht das heute überhaupt nicht anders. Ich bin gerade die letzten paar Minuten noch in L.A. Und ich hatte gedacht, hey, hier in den Ami starten, da machst du wieder jede Menge Futterdinger und probierst Zeug aus. Pustekuchen zu nichts gekommen, voller Samsung-Programmtermin-Kalender. Aber jetzt habe ich gerade noch eine Coca-Cola Orange Vanille geholt oder gesehen und dachte mir, ist das unser deutsches Mezzo-Mix? So, und ihr seht es, kein Mikro dran. Ich filme mit der Frontkamera. Wenn das Ganze jetzt hier von der Qualität und vor allem neben der Straße nicht hinhaut, seht es mir bitte nach. Aber ich habe mich so drauf gefreut, dann doch hier irgendwas noch rauszumachen. Und ich schaffe es einfach nicht anders. Und jetzt stehe ich hier und denke mir, hier die Flasche komplett. Die Amis schreiben es wieder drauf. 240 Kilokalorien. Also, ja, da hätte ich auch zwei Cheeseburger oder so essen können. Inhalte, kann man nicht wirklich viel erkennen. Auch was hier noch an Orange oder Cola drin sein soll, an Zutaten, das schreiben die gar nicht drauf. Also, fructose Kornsirup, also wieder unser guter Mais-Sirup ist hier natürlich drin. Karamellfarbe und natürliche Zutaten. Sieht von außen optisch, ich habe leider kein Glas hier, ansonsten wird es auch schwer, aus wie unsere Cola. So, und jetzt muss ich mir was einfallen lassen. Ich glaube, ich stecke euch mal kurz in die Hosentasche zum Aufdrehen. Hat jetzt viel geschäumt. Gut, dass ich mich nicht eingesaut habe, aber ich meine, durch das Rumlaufen, durch das Wackeln geht es nicht anders. Was, wir nehmen jetzt mal, hm, nee, erstmal riechen. Oh ja, das riecht so künstlich nach Orange. Das riecht nicht mal ansatzweise, ne, geruchlich nach Zitrone. Oh man, so, dann mal Prost. Nein. Das Zeug hat Null. Boah, ist das nicht? Boah. Null mit unserem Metzomix zu Hause zu tun. Oh, guck mal. Das ist hier gerade die Ausläufer vom Walk of Fame. Zum Trump-Stern wollte ich, äh, Sterni, zum Trump-Stern wollte ich gleich auch noch. Aber jetzt erstmal zurück zum Getränk. Jetzt haben wir ein Problem mit der Belichtung, mit der Gegensonne. Ah, so, drauf tippen. Aha, das könnte Trumps Stern sein. Aber auch nicht. Also, jetzt nochmal. Wenn man es trinkt am Anfang, schmeckt es wirklich wie Cola mit Orange. Das geht noch. Aber dann kommt da hinten so ein widerlicher Nachgeschmack raus. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ah, ich Horst. Ich Horst. Das ist nicht Orange und Cola. Das ist Orange plus Vanille. Ah, jetzt wird mir vieles klar. Na toll. Ich dachte, ich habe hier in meiner Hybris. Ich sage Orange und dachte mir, Cola und Orange, das ist Metzomix hier. Nein, ist es nicht. Und ja, jetzt ergibt das Ganze mehr Sinn. Das hinten raus ist ein absolut widerlicher Vanille-Nachgeschmack. Wobei ich auch sage, nach Schluck 4, 5 jetzt, das geht eigentlich. Kann man sich dran gewöhnen? Ja. Laufen, reden, trinken und erklären und aufpassen. Echt nicht gemacht. So, ansonsten, gleich noch zur Einordnung. Das ist ja so ein bisschen, also es ist Hollywood. Walk of Fame gerade. Unser Hotel ist direkt in der Parallelstraße. Da hinten, wo da die Bäume sind. Da ist die Baudingsbums. Naja, irgendwo da unten unten. Nett gemacht. Ich freue mich gerade ein Keks, dass ich das jetzt hier doch noch einigermaßen geschafft habe. Und hoffen wir, dass das vom Ton hingekommen ist und zum Geschmack. Ja, es ist Cola. Ja, es ist Orange. Und solange man es trinkt, das ist fast wie ein Leitgetränk. Finde ich den Geschmack echt in Ordnung. Ja, ja, ja. Und jetzt setzt dieser künstliche Vanille-Geschmack ein, der das Ganze eher, wobei, wie gesagt, das wird besser. Ich bin jetzt hier Schluck sieben. Ja, ich kann mich dran gewöhnen. Aber diese Vanille ist halt bei mir sowas, auch wenn man das immer bei irgendwelchen Parfums riecht oder sowas. Das hat so eine Schwere. Und genau so ist das hier auch. Es ist doch vom Gefühl, als ob ich irgendeine Creme trinken würde. Aber es ist sehr, sehr, sehr cremig, das Ganze. Ja, doch, die werde ich vielleicht noch halb weiter schaffen und dann mal gucken. Kann man sich durchaus mal geben. Aber unter der Voraussetzung, dass man halt auf Vanille steht. So, und jetzt wissen wir alle, dieses Orange-Cola-Ding ist kein Mezzo-Mix. Da ist noch Vanille drin. So, wahrscheinlich hätte ich ja schon längst mal auch die Taste... Ach, guck mal, jetzt ist es auch grün. Und jetzt einmal rüber und ich versuche mich nichts überfahren zu lassen. Gleich noch den Stern von Trumpy zu finden. Mal gucken, ob die den schon wieder repariert haben. Meine Theorie, der wurde ja, glaube ich, schon mehrmals demoliert. Der steht jetzt rund um die E-Round-Secret-Service-Agent neben, um da aufzupassen. Ist natürlich Spaß, glaube ich jetzt nicht. Aber einfach mal gucken. Ja, und das war es dann eigentlich schon. Im Rucksack ist ganz viel Hosties zurück. Twinkies und, 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 und auch noch viele andere amerikanische Süßigkeiten. Da kommt bestimmt auch noch mal was. So, und das soll es jetzt gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.